Moin Leute, schön dass ihr wieder eingeschaltet habt für ein weiteres, ja ganz gut, aber lass mich bitte aussprechen Krieschli. Jetzt weiß ich nicht mehr was ich sagen wollte. Achso, ja ein weiteres Let's Play World of Warcraft Classic mit Monfrey und Krieschli, der sich nicht immer benehmen kann. Ja mein Gott, ich bin Zwerg, Alter, was erwartest du? Ich erwarte gar nichts, das ist ja das Schöne und ich würde sagen, wir schnetzeln ein paar Raptoren. Müssen wir wohl, als wenn wir nicht schon genug Raptoren geschnetzelt haben, aber wir müssen weitermachen. Schreckige Sensenklaue und schreckiger Schafzahn, ich glaube die gibt es beide hier, oder? Was sagt Festlock? Ich glaube die gibt es hier unten, ja du hast recht. Vielleicht halt diese abschaulichen Raptoren in den Blues zu holen, sondern gleich da unten gibt es Dutzende von checkigen Sensen, ja alles klar. Ja, gut. Gut, gut, gut. Jetzt machen das wenigstens Sinn, diese scheiß Viecher da mal Platz machen. Ja auf jeden Fall, da hast du recht. Wollen wir hier runter oder was? Ja, runterspringen. Nö. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wollte gerade sagen, bist du verrückt? Oh, scheint ja zu funktionieren. Ja, es war nicht angenehm, sag ich mal, aber es geht. Okay. Was habe ich denn schon wieder Post? Ungelesene Nachrichten von Auktionshaus der Allianz. Oh, schön. So, schreckige Sensen, Klaue und schreckiger Schafzahn, ja, davon bemerkt ja hier. Checkst du die Sense? Ja, warte mal, du bist noch relativ gedamaged. Nicht, dass es gleich wieder Ärger gibt. Ach Gott, dann kann ich ja gleich schon wieder ledern hier, wie so ein Ledermeister, du. Ja, siehste, ist doch fein. Ja, der ein oder andere erinnert sich an die vergangene Episode, da haben wir hier Relikte gesucht, auf jeden Fall. Das hat auch ganz viel Spaß gemacht. Ja, aber schön, dass wir wieder hier sind. Ich freue mich. Man gewöhnt sich eigentlich so dran. Ich habe es auch ein bisschen vermisst, ehrlich gesagt. Ja. Also hier diese Raptoren-Szene zum Beispiel, die kriegt man für relativ gutes Geld auch verkauft, muss man ja sagen. Oh, hier ist gleich gar einer gespawnt. Ja, ich sehe es gerade. Ja, stimmt. Irgendwas von diesen Geschichten da, was auch grau war, war für relativ gutes Geld dann weggegangen. Ja, hast du recht, genau. Hoffe ich nur, dass ich genug Munition habe. Das hoffe ich auch. So, da unten ist auch wieder einer. Komm, den Puller noch dran. Ja, ich schneide noch eben. Ja. Ja, ich pulle nur einen, dann geht das. Ich nehme alles mal mit hier, das ist hier mit. Oh, ich habe zwei gepult, das wollte ich nicht. Woher denn? Oh, Herr. Oh, einer kommt mir entgegen hier. Ja. Kommt wahrscheinlich ja gleich zurück, ne? Ja, ja, sicher. Oh, da kommen zwei. Oh, herrlich. Super, jetzt haben wir drei hier. Wie in alten Zeiten. Ja, wunderbar. Vielleicht vierst du auch einen weg? Ja, ich glaube, das schaffen wir, oder? Also, bei mir sieht es schon wieder relativ schlecht aus, gerade. Ja, einer ist doch jetzt schon tot. Den anderen schicke ich dir noch Leo jetzt vorbei. Ja, okay. Ja, gut, dann. Jetzt habe ich auch keinen Mana mehr. Hm. Alles unter Kontrolle. Offenblick. Ich kann jetzt nicht mehr drin. Oh, nein. Ja, ich bin tot. Kacke. Oh, die Viecher auch. Shit. Ich habe aber auch nur diese dummen, geringen Heiltränke nur noch gehabt. Das ist schlecht. Oh, ich habe gar keinen mehr. Und das verzweifelte Gebet. Oh, nein. Und ich habe kein Wasser mehr und kein Brot. Ach, du Scheiße. Jetzt ist es weg. Ach, das verzweifelte Gebet. Ich dachte, das kostet auch Mana. Ach, Scheiße. Na, das muss ich mir mal hinter die Ohren schreiben, dass das kein Mana kostet. Echt? Ja. So praktisch. Ja. So, aber wie viel haben wir denn jetzt schon? Oh, Mann. Da kommt schon der nächste angespawnt. Der latscht hier auch ganz locker an mir vorbei. Na, jetzt hat er mich gesehen. Ja, schöner Episodenstart auf jeden Fall. Ja, geht gut los. Ich muss hier nochmal mal einen Leo mal empföttern. Oh, bist du schon wieder da? Ja. Schon ist gut. Schon weiter am Weg hier auf jeden Fall. Kämpfst du schon wieder? Nee. Nee. Ich trinke. Ich sitze hier oben, esse ein bisschen Zwergenmild und trinke dazu leckeren Melonensaft. Ja, das ist eine gute Kombo auf jeden Fall. Ach, das schmeckt so süß und herzhaft. Ja. Macht man gerne. Macht man haben. Das schmeckt. So, ich bin aber jetzt auch wieder fit. Und am Start. Die droppen auch echt nur diese doofen Eier, ne? Na, und diese Raptorenzähne halt, ne? Die kannst du echt was. Also, da habe ich drei für 17 verkauft, also kostet einer so sechs Silber, ne? Ja, es ist schon nicht schlecht. Ja, das stimmt. Das geht. Oh, vielleicht sollten wir gar nicht so tief hier in der Materie rumhängen, sondern eher mal ein bisschen so ein Randgebiet uns suchen. Ja, okay. Ja, da kommen wir hier echt von überall immer angeschissen. Neu, hinter mir spawnen schon wieder der nächste Alter. Ja, die spawnen hier echt wie die Weltmeister. Falls Weltmeister überhaupt so oft spawnen oder falls es eine Weltmeisterschaft im spawnen gibt. Das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Das weiß ich auch nicht so genau. Aber wenn, dann ist das eine Welt of Warcraft Meisterschaft. Ja, die sind gerade hinfalls bescheuert. Die Raptoren, dann biebelig weit vorne mit dabei. Viel bescheuerter geht es auch nicht mehr, ne? Ich denke, da ist noch Luft nach oben. Aber ja, ich befürchte, du hast recht. So. Gut. Wollen wir auch ein bisschen albern sein, die kleinen Zwerge, ne? Ist erlaubt. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir jetzt überhaupt noch brauchen. Wir brauchen noch sechs von denen. Na, von denen brauchen wir nur noch vier von den grünen. Von den grauen brauchen wir noch relativ viele. Ja, die ist blau. Das lädt immer noch auf. Das ist schon mal gut. Scharfe Klaue. Okay. Da ist auch noch ein grüner. Na, brauchen wir schon mal auch eher so. Ja, ich sehe. Passt. So, dann brauchen wir die grauen noch jetzt. Ach, verdammt. Okay. So, hinter dir. Ja, ja, ich sehe schon. Na, ja, wenigstens haben wir die grünen. Die haben wir schon mal, ne? Ja. Ich glaube, hier tiefer rein sind die blauen, oder? Da ist ein blauer. Der wurde gerade weggeführt. Was noch mal hier runter? Ja. Ja, komm. Da, den können wir uns schnappen. Wo will er denn hin? Oh, jetzt greift mich hier einer von hinten an. Kann ich noch nicht werden. Okay, hier kommt der nächste Grüne angeschissen. Deine Mutter ist noch nicht bereit. Ne? Darf ich gerade gar nicht. Ja, es ist ein Witz aufgegriffen aus der vergangenen Episode. Da unten, hier links von mir. Es sind, na ja, zwei Stück. Na gut, der kommt dann natürlich auch gleich wieder. Ja, das macht ja nichts. Ach, kriegt Leo hin. Ja, da muss ich doch mal erst mal was trinken. Hm. Ja, doch, das geht ja einigermaßen von der Hand hier. Ja, da kommt schon wieder einer schön. Trinkst du gerade ganz in Frieden deinen Melonensaft. Da hinten ist doch noch ein Objekt unserer Begierde. Ja. Das lädt immer noch auf. Kann ich noch nicht sagen. Das ist wohl. Siehst du wohl. Drei noch. Hier geradeaus, von mir aus gesehen. Ja, ich hoffe, wir meinen den gleichen. Wenn nicht, ist auch egal. Egal. Ach. Also, richtig viel Erfahrung geben die auch nicht mehr, ne? Hm. Da, hier. Ja, ja. Den haben wir den noch. Habe ich schon. Anvisiert. So, einen noch. Und die sind doch da hinten hinter der Brücke. Das ist zu weit entfernt. Warte, warte, warte. Worauf? Ich habe schon angefangen. Na gut, ich muss hier noch. Mal Kürschen an. Boah, mach auch. Kein Problem. Kannst du ja machen. Ups. Verdrückt. Ah, egal. Ich muss näher ran. So. Ja. Alles klar. Stirb, du Schwein. Ich schaue den noch weg. Keine Gnade mehr für die Raptoren auf jeden Fall. Was ist das denn? Alpha? Nö, ich nicht. Alpha anschließend, was ist das denn? Ist das eine Gilde oder was? Nö, kein Bock. Nö, bin ich auch raus. Vor allen Dingen Alpha. Das sind scheiße. Was ist das heißen, Alter? Das ist, glaube ich, der erste Buchstabe des Alphabets. Ja, gut. Ja, nein. Schon klar. Nö. Kannst du ja auch gleich. Hier, komm. Weiter. Kein Bock mehr mit den Arschläckern hier rumzuhängen. Ach Gott, hier sind gleich die Nächsten, Alter. Boah, ich mache den fertig. Mir macht das Freude. Und mir bringt es Leder. Ja, siehste. Ja, für dich ist es richtig geil hier, deinen Dings zu skillen. Ja. Bist du noch da unten irgendwo? Naja, ich bin Raptor gekillt hier. Alles klar. Ja, das hat mir auf jeden Fall schon richtig viel Leder gebracht, jetzt diese Quests hier. Ich hoffe, da kann ich dann auch mal ein bisschen was herstellen, was ich verkaufen kann. Ja, das ist ja nur verkaufst du einfach das Leder. Ja, habe ich ja schon mal geguckt, also für Rohstoffe kannst du hier noch nicht so gutes Geld verdienen. Ja, ich glaube, da muss man nochmal ein, zwei Monate warten. Dann geht das richtig ab, glaube ich, wenn ganz viele 60 sind. So, und jetzt sollen wir den Salatan, das ist der Boss, ja. Ja. Oh, da gibt es einen Bogen, einen Ausgrabungsstab. Ausgrabungsstab. Ab so Bannrüstung, geil, die ist ja gut. Ach, guck an, einen geilen Zauberstab, wie geil, das ist ja mega gut. Guck dir das an, und hier, das Rezept seltsam schmeckendes Omelett, Alter, dafür brauchst du die Raptoeier. Und scharfe Gebürze kannst du kaufen. Hammer. Kannst du richtig. Okay, die Questreihe lohnt sich ja doch. Cool. Dann doch, ne? Kann man hier nicht abkürzen, vielleicht? Äh, ja, können wir probieren. Ja, aber, ja, da hinten lang. Ja, ja, genau. Also ein mega geiler Zauberstab. Jetzt freue ich mich. Jetzt freue ich mich auch über die Quest. Ganz, ganz fein ist das. So. Und hier kannst du doch denn, wo ist es doch da eigentlich hingehen denn, ne? Oder? Naja, wahrscheinlich nicht, ne? Oh, Alter, Schatz. Nee, aber fast. Ei, 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 das ist mal wieder. Oh nein, aber ich mache denselben Abflug hier. Geil. Aber Leo hat es wieder geschafft. Unbeschadet, da rauszukommen. So. Gottes Willen, Mann. Ja, es war schon wieder eine Kamikaze-Aktion. Oh nein, hier ist der Nächste. Ja, greift der schon an? Ja, Leo greift er an. Okay. Der guckt dir durch dieses Holz-Ding durch. Ach, geil. Ich bin schon echt einfach zu begeistern heute. Zu so später Stunde. Ich bin zu nah. Sie ist zu nah. Kann ich noch nicht. Keine Mutter ist zu nah. Ja. Zu nah an der Wahrheit. So. Ich trinke mal einen Schluck Melonsaft. Was soll das denn? So, und dann müssen wir ja wieder da hinten hin. Da wird zum Glück auch gerade gekämpft. Also könnten wir eigentlich relativ unkompliziert hingelangen. Ich hoffe, du hast recht. Das hoffe ich ehrlich gesagt auch. Ah, da oben ist natürlich schon wieder einer. Geil. Ein neuer Zauberstab. Ist ja richtig geil. Ja. Ein relativ guter Bogen, glaube ich. Ja, cool. Ich kann es ja mal anfangen. Das sollte ich dann tatsächlich in den Sturmwitz mal tun. Bogen schießen zu lernen. Bogen schießen lernen. Genau. Dann kann ich mir nämlich auch mal einen größeren Köcher holen vielleicht. Ah, keine Ahnung. Ja. Da könntest du mal gucken. What? Level Up. Da könntest du mal gucken. Level Up steht ja auch kurz bevor, würde ich sagen. Na, bei dir, Alter. Bei mir sind es noch sechs Balken. Bei mir sind es noch zwei. Wieso habe ich eigentlich so doll aufgeholt? Ja, der ist immer noch nicht. Hat das doch schon wieder auf 4000 Rückstand oder was? Und jetzt hast du auf einmal wieder... Also, das verstehe ich auch nicht. Was ist denn hier los? Leo kämpft schon wieder. Hast du den auf aggressiv oder was? Nö. Komisch. Okay. Na, warte. Ich komme. Oh, das Ziel ist zu nah. Ich kann auch nicht angreifen. Hm. Okay. Und ist er hier? Nein, er liegt da hinten tot. Ja, das baut bestimmt gleich wieder. Ja, Wollo. Sarlatan. Oh, ich kann den gar nicht ledern. Klingt ja wie Scharlatan. Ja, ein bisschen, ne? Eigentlich fast genauso. Ja. Fehlt nur ein CH. So. 29 ist er. Ja, easy. Ja, würde ich auch sagen. Machen wir weg. Wenn er dann irgendwann mal wiederkommt. Ja, mit Sicherheit kommt er gleich. Ja, also die Quest ist zwar extrem nervig. Oder überhaupt die Quests hier. Aber die Belohnungen sind tatsächlich ziemlich geil. Ist der Zauberstab so super? Der Zauberstab ist eine ganze Ecke geiler als mein jetziger. Und die Schultern sind auch ziemlich cool. Auf jeden Fall. Die ich hier gekriegt habe. Omas Rache. Zauberstab, Feuerschaden. Ja. Der Bogen. Da muss ich tatsächlich mal vergleichen. Was macht denn die Wumme? Macht 18 bis 34 Schaden. Oh, der macht 24 bis 46 Schaden. Jawohl. Tempo 2,9 hat er. Ich habe 2,8 und 11,1 Schaden pro Sekunde habe ich 9,6. Raptor X wird er auch genannt. Muss ich natürlich erstmal dann erlernen wieder. Aber dieses Rezept, seltsam schmeckendes Omelette, das finde ich wird... Seltsam schmeckendes Omelette ist auch geil. Wobei dieser Raptor-Bann, diese Raptor-Bann-Rüstung ist tatsächlich auch ziemlich gut. Ja. Plus 30 Angriffskraft, wenn gegen Wildtiere gekämpft wird. Das klingt tatsächlich sehr, sehr gut sogar. Allerdings. Also der Raptor X macht 12 Schaden pro Sekunde. Was macht denn deine Knarre Schaden pro Sekunde? 9,6. Okay. Aber dann kommt auch die Munition mit 7,5. Achso, das kommt immer noch oben drauf. Okay. Oh, also ist die Knarre eigentlich besser. Dann nehme ich tatsächlich, glaube ich, die... So, er ist weg. Ja, die Leiche ist weg. Ist schon mal gut. Was haben wir denn hier sonst noch? Da, 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 da. Achso, okay. Kapitän. Kriegsflaggen der Dragon Maw. Können wir auch gleich nochmal machen eigentlich. Ja, wo denn? Die Dragon Maw, die war noch hier nebenan, diese Orks, oder nicht? Nee, die hießen irgendwie anders, glaube ich. Echt? Ich lese mir jetzt gerade mal durch. Ah. Ja, wo ist er denn? Da ist er. Jo. Ich seh's. Ab geht die Lutzi. Das lädt immer noch auf. Sauber. Brauchen wir von dem irgendwas? Ja, die Kralle. Sehr gut. Und noch ein Raptor-Aerder dabei. Geil. Hören wir einmal ganz kurz die Quest zu Ende lesen hier. Ähm, die Drachen. Hast du ihn schon geblootet? Ja. Hä? Wieso kann ich ihn denn nicht ledern? Komisch. Na gut. Jo, dann lass zurück, ne? Ja, warte mal kurz. Ich lese gerade eine Quest nochmal zu Ende. Hab ich gerade angefangen. Grim Barthol in die Berge östlich von Velgas Ausgrabungsstätte. Ja, doch. Das ist da. Okay. Wo dann? Gehen wir da hin. Das ist ein nordöstlich von Menethil. Und Kriegsflaggen als Beweis. Es gibt 25 Silber. Ja, würde ich schon sagen. Lass das mal machen. Das ist ja hier gleich. Oh, hier unten wimmelt es schon wieder von diesem Viechern, ey. Tja, müssen wir uns durchschnetzeln. Ja, oder hier oben am Berg lang gehen. Ja, aber wo willst du lang gehen? Wir müssen ja da oben hin. Ja, na klar, wir müssen da unten. Ach so. Ach Gott, wir müssen da ja lang. Ja, wir müssen hier einmal durch. Oh Gott, das sieht ja hier aus wie im Jurassic Park, Mensch. Ah, komm, schnetzeln wir uns durch. Was soll's. Oh Gott, oh Gott. Willst du machen? Kannst du mag ja nix. Wenn ja hier links lang und einfach alles, was da ist, zerschnetzeln. Ja, müssen wir wohl. Dann nehme ich aber auch noch mal ein bisschen Leder mit hier. Ja, das bleibt die Eier auch noch nicht. Geil, Alter. Kann man auch durch Omelette machen. Seltsam schmecken das. Ich bin noch nicht bereit. Das ist auch geil. Stell dir mal vor, irgendwo steht das so auf der Karte. Schönes, seltsam schmecken das Omelette. Äh, das schmeckt heute aber besonders seltsam. Und da war schon wieder ein Ei. Super. Jetzt auch mal wieder Verwendung für die Eier. Oh, da kommen uns welche entgegen. Das ist, ja, das ist gut. Das ist gut bezüglich, äh, durchkommen. Und der Durchwandergeschwindigkeit unsererseits. Ja, nicht schon wieder so schnell spawnen hier. Schweres Leder. Ah, wie schön frei das hier. Ja, das ist wirklich schön. Ganz fein ist das. Hattest du eine Krankheit? Jawohl. Ja, ich hab so gefühlt, dass so eine leichte Erkältung kommt. So ein bisschen schnuppen hatte ich. Ja, dann kann man schon mal ein bisschen Steingestalt machen. Oh, danke. Ja, soll abhauen. Piss dich, Alter, hast du gesagt, ne? Ja, sowas in der Art, ne? Psychischer Schrei halt. Ja. Ist voll psychisch, ey. Ah, herrlich. Jawohl. Ah, Aspekt des Falken. Oder wie ich ihn auch nenne, Aspekt der Teamreife. Hallo. So, Raptor-Bun-Dingens. Jawohl. Neuer Zauberstab und die Stufe. Alles läuft, ey. Es läuft einfach. Geil. Krass, Alter. Bei mir sind es noch... Was? Ich muss... Bei mir sind es noch 7000 Punkte. Hast du irgendwas, womit du irgendwie mehr... Wie viel hast du gerade gekriegt für das Ding? Keine Ahnung. Äh, 2950. Ja, glaube ich auch. Ja, das ist ja... Aber jetzt sind es schon 7000 Punkte, die du jetzt schon vor mir liegst. Boah, weiß ich auch nicht, woran das liegt. Musst du mal aufholen. Ach, echt? Ja. So, aber als erstes erlerne ich mal das seltsam schmeckende Omelette. Geil. So, dann wollte ich mir noch mal an diese Brustflatte da anlegen. Oh, geil. Wie sieht's aus? Druck verringern. Ja, geil. Ja, geil. Dann haben wir hier ja wohl alles erledigt jetzt in dieser Scheiß... Ausgrabungsstätte. Ja, das glaube ich aber auch. So, den... Äh... Zauberstab lege ich mal nochmal an, auf jeden Fall. Geil. Mhm. Richtig gut. Und der Alte wird sofort entzaubert. Bumm. Hm, große Magie-Existenz. Äh, Existenz. Genau. Auf zum Atmen. Lass ein paar Orks schnetzeln. Ja. Dieses. Oder... Achso, und nach Dunmordorö, was unser eigentliches Ziel war, das, äh... Können wir danach machen. Nee, warte mal, wir müssen auch nochmal zu diesem Baum und da die Morkrabler-Quest abgeben. Ja. Äh, äh... Warte mal, ich muss nochmal ganz kurz einmal nachlesen, ob das auch wirklich da ist. Nicht, dass wir da falsch laufen. Ähm, war am Ende des Zweiten Krieges so gut wie vernichtet, nachdem sie die Kontrolle über ihre Schoßtierchen, die roten Drachen, verloren hatten. Die Drachen waren nicht sehr freundlich zu ihren früheren Herren und machten gnadenlos Jagd auf die Dragonmore. Nordöstlich. Die wenigen, die überlebten, flohen aus Grimbartol in die Berge östlich von Belgas Ausgrabungsstätte. Jetzt haben sie an Stärke gewonnen und besitzen ein Lager nordöstlich von Menethil. Wir wollen, dass ihr dieses Lager angreift, sammelt und bringt mir ihre Kriegsflaggen als Beweis. Nordöstlich. Okay. Nordöstlich, also das wäre ja schon ziemlich östlich, was du... Das ist das Angerfanglager, wo wir waren vorher. Sieht man auf der Map auch. Ich weiß nicht, ob die es sind. Oh man, ich bin angegriffen. Stimmt, das ist... Vielleicht ist es das doch nicht. Gleich mal den neuen Zauberstab ausprobieren. Weil... Ähm... Ja... Ja... Ja, weiß ich nicht. Also ganz grob ist das schon nordöstlich, aber eigentlich mehr östlich. Ja, das Angerfanglager ist das glaube ich doch nicht. Aber wo sollen das nordöstlich so dann ziemlich weit weg sein? Das wäre uns doch schon mal runtergekommen eigentlich, oder? Nordöstlich. Da haben wir doch eigentlich schon alles abgesucht im Nordosten, oder nicht? Na komm, dann lass erstmal... Dann lass den alten Plan verfolgen. Und zur Not... Erst mal nach Dunmodre, oder? Ja, genau. Und zur Not verfolgen... Gucken wir nochmal in die Kristallkugel einfach. Ja, genau. Das wüsste jetzt auch spontan nicht, weil da haben wir doch... Da sind wir doch alles abgelaufen eigentlich. Ja, da sind wir tatsächlich schon etliche Male da lang gelaufen. Wenn man mal ehrlich ist. Naja, ist egal. Finden wir schon. Wir haben noch genug andere Sachen auf dem Zettel auf jeden Fall. Ich nehme mir mal hier das Leder, ne? Wenn sie nichts dagegen haben, junger Panther. Glaube ich nicht, dass der was dagegen hat. Sah nicht so aus. Nein. Ach so. Okay. Ich dachte, ich warte mal auf dich. Ach so, ja. Und weil du nämlich vorgerannt bist, habe ich extra den Aspekt des Geparren gemacht. Alles klar. Hier, komm. Wir laufen nebeneinander. Geil. Ja, voll geil. Ja, voll geil. Wo ist denn der Spacko nochmal mit dem Baum? Also der Baumtyp hier geradeaus, glaube ich einfach, ne? Äh, der hier links irgendwo, oder? Oder war das hier schon? Nee, hier auf keinen Fall. Glaub. Ich glaube geradeaus. Ja, und dann links, aber... Ja, leicht links. Aber ich glaube, der Weg führte so ziemlich direkt dahin. Oder ist das der Hügel da links? Ja, ich glaube da, hinter diesem Hügel da. Ja, gut. Da so grob. Was haben? Da sind natürlich wieder scheiß Grokolisken. Ah, die vier ich weg. Gut. Ach, und ich habe jetzt noch 30 Angriffskraft gegen Wildtiere. Das ist natürlich auch ganz nett. Das ist auf jeden Fall ganz interessant. Da bin ich ja mal gespannt, wie das so funktioniert. Und ob man das doll merkt auf jeden Fall. Mhm. So, da ist es noch nicht. Aber hier irgendwo ist das doch, oder nicht? Hat das nicht hier rechts? Nee, das ist hier... Ich meine, das ist da hinten. Wo? Das ist ein Stück weiter in die Richtung gewesen. Also hier den Weg weiter lang. Echt? Noch weiter? Ja. Hier war es auf jeden Fall, glaube ich, noch dran vorbei. Ich meine, das ist da geradeaus. Der grüne Gürtel, genau. Da vorne ist es. Hast du? Ja. Hier ist der Hügel und dahinter ist es. Hier kommen aber auch viele Krokolisken lang, du. Mhm. Wo bist du denn? Ach, du bist schon da, ne? Ja, genau. Wie viele Krokolisken, die habe ich denn jetzt hinter mir. Oh, hier gibt es ja auch noch schöne Sachen. Arrogan. Was ist das denn? Stoff, Bewahrerrobe. Hm, ne. Damit kann ich noch nichts anfangen. Oh, ein geiles Schwert, ey. Aber dafür brauchst du Kräuterkunde, Alter. Überzieht ein Ziel mit 35 Punkten Naturschaden. Bewahrerrobe. Na, die brauche ich nun auch nicht. Ich behalte mein Korsanhemd. So, was bringt hier am meisten Geld? Die Klinge. Ja. Ach, die braucht Kräuterkunde? Ach, das siehst du sogar schon, oder was? Ja, ich habe ja Vendor-Price als Add-on installiert. So, 2650 habe ich gekriegt. An Erfahrungspunkten. Ja, ich auch. Das ist immer gleich. Also, da verstehe ich das nicht. Ich brauche noch 5000 Punkte bis zu meinem Level ab. Ja, da musst du noch mal alleine schmetzeln gehen, auf jeden Fall. Scheint so. Ja. So. Mhm, mhm, mhm. Hast du deinen Talentpunkt schon vergeben? Jawohl. Und jetzt wollen wir nach hier... Richtung Dunmo oder so. Ja, können wir machen. Ja, können wir machen. Dann warten wir noch dein Level ab. Ab, ab, ab. Dein Level ab, ab. Und dann können wir mal wieder nach Stormwind, würde ich sagen. Hm, das müssen wir dann ja auch machen. Nordöstlich, hier ist auch kein Ohr. Das ist ja hier eine reine Kokolisken-Plage. Ja, nützt nix. Es nützt alles nix. Oh, was ist denn hier für ein Lager? Ah, da widersteht der meinem psychischen Schrei. Was soll das denn? Muss ich doch kämpfen. 57 XP ist alter. Das ist ja nix. Ah, was kommt? Ein Raptor. Na ja. Das sind ja unsere Lieblings-Freunde. Ja, allerdings. Vielleicht sollte ich mir so einmal als Pet machen. Ja, das habe ich auch schon überlegt. Warum eigentlich nicht? Das sind ja schließlich unsere Super-Freunde. Vielleicht hättest du dir diesen... Ah, ja, den, Salatan, ne? Ja, genau. Die Boss- oder die Quest-Mobs, so, die haben ja auch immer noch spezielle Fähigkeiten, auf jeden Fall. Ja. Besonders cool. Gibt auch so ein Schwein, das ist auch sehr, sehr gut. Oder soll sehr, sehr gut sein. Wie ein Cessin? Ich weiß gar nicht. Oder war es sogar Stopfwanz? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Eins von diesen Schweinen soll extrem gut sein. Und halt auch extrem schnell. Ich bin angegriffen schnell. Hochland Raptor. Oh, jetzt war da ab. Bist du denn? Ach, da. So, ah, da vorne. Ja, genau. Der gelbe Punkt. Deine Flinte sieht auch geil aus. Ganz schon krass, ne? Ach, du Scheiße, was ist hier los, Alter? Du Gleisenschwerge. Du doch sauber, hey. Grüße. Grüße. Mann sieht's. Äh. So. Fünf Dunkeleisenzwerge, fünf Tunnelgräber der Dunkeleisenzwerge, fünf Saboteure, oh Gott. Na, wollen wir das mit denen hier zusammen machen, oder was? Oh, das ist ja. Dunkeleisenkrieg ist Elite, ne? Äh, oh, ja. Das ist knallrot. Wollen wir das zusammen machen? Äh, rennt schon wieder weg, oder? Ne, steht doch neben dir hier, oder? Ne, die andere da, die Nachtilfen, oder was das ist. Ach. Na, auf mit denen. Plus. Plus? Ja, hast du Lead, dann lad mal einen. Ja, nein. Warte mal, ich buff dich auch nochmal, und Leo. Ob das gut geht hier? Warte mal. Äh, könnte ich etwas Wasser haben, bitte? Oh ja, ich auch. Jawoll. Jawoll. Mhm. Ah, hier ist noch einer. Ah. Da ist schon wieder rausgegangen. Echt? Ja, eben war gerade kurz einer drin, und. Äh, ja, den soll ich schon einladen. Hat er gesagt, oder was? In meinem Layer despaunt mein Questgeber. Ach so, der wollte nur kurz, ah, der wollte nur kurz hier Layer mäßig. Ah, 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 okay. Also, ich muss jetzt erstmal, dann muss ich mal das Brot hier reinziehen, und das Wasser. Geil. Wieder schön, Wasser und Brot. Ähm, so. Ja. Ah, ja, bitte. Danke, gerne. Okay. Ähm. Boah, 28, Alter, wollen wir uns damit tatsächlich rumplagen, schon? Boah, mal gucken, wie es funktioniert, ne? Das sind alles Elites, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, aber der Magier ist auch schon 29, glaube ich. Das lädt immer noch auf. Okay, hä, Scharfschützen brauchen wir gar nicht. Er rennt rein, okay. Äh, ob das doch eine gute Idee war, hier schon jetzt das zu machen, weiß ich nicht genau. Wo ist er denn? Ja, nun, warte doch erstmal ab. Lass doch mal gucken, vielleicht geht das ja. Saboteur, davon brauchen wir 5. Ja, hol ab. Wegen greifst du dann an? Ach, der ihn auch. Ach, mit dem Feuerstab. Äh, sonst wäre ich nicht schlecht. Oh. Oh, hier greift er dann an. Ja, Scharfschützen, Scharfschützen brauchen wir gar nicht. Ja, wir müssen aber trotzdem weg. Die stören noch sonst. Läuft doch ganz okay. Ja, das ist ja noch nicht so genau. Kein Mana mehr. Ja, ich meine klar, wenn jetzt noch irgendwer mit dabei wäre, wäre das natürlich super. Aber, aber... Wie heißt die Quest? Ah, hier ist er noch an. Warte mal. Ja. Ja. Eine grausige Aufgabe. Der Dunkeleisenkrieg. Ich laute immer an. Ja, da, Findol. Noch wäre Bock auf der Dunkeleisenkrieg oder eine grausige Aufgabe. Ja. Ja. Gut. Wo ist er denn? Weiß ich auch nicht. Ja, super. Der ist auch schon 32. Ah, okay. Das könnte noch mal klappen hier. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Boah, der ist in Mini Thiel. Nee, echt? Ja. Ach du Scheiße. Hi. Bin noch am Arsch der Welt. Ja, komm ran du Klappstuhl. Hehehe. 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 Was muss ich dafür machen? Ah, ihn zum Gruppenanführer machen. Achja. Stimmt. No, nein. Nachtelf. Du Kacke. Hehehe. Hehehe. Aber er ist 32. Ja, das wird schon schief gehen, ne? Ja, würde ich schon sagen. Ach so. Dafür kann man auch mal einen Moment warten, finde ich. Denkt man mit so einer 5er Gruppe dann. Watt ist sie für eine. 26er. Ja, siehst du wohl. Ich heal und hau mit meinem Zauberstab rauf. Mit dem neuen. Er macht schon weiter, oder was? Ja, ja. Er kämpft hier schon ein bisschen. So. Okay. Die Schießer haben wir ja eh gekillt. Stimmt. Und weg. Ah, siehste. Schön. Da geht's schon wieder voll rein. Oh, ist doch okay. Mach das schon vorsichtig genug, glaube ich. Passt schon. Oh, okay. Jetzt kommen zwei. Da ist natürlich ein bisschen doll. Eieieiei. Hol mal Leo zurück, der ist sonst gleich tot. Oder? Weiß nicht genau. Ah, er schiebt ein. Ah ja. Cool. Alles gut. Widerstehen. 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 Kackendreck, alter. Das lädt immer noch auf. Ja, wo will es denn hin? Wie ist der? Klappt doch. Er schleicht, alter. Ja, so gut. Der macht das ganz gut hier, der Gnom. Ah, da kommt der Nächster. Ja, macht nix. Ja, wimmelt ja jetzt auch nicht gerade so unbedingt von Werken hier, ne? Ja, weil ich glaube es war ganz gut, dass wir diese Scharfschützen gekillt haben. Ja. Das war schon schlau. Ah. Hä? Ah, das ist die, die bei uns in der Gruppe ist. Ja. Auch ne Priesterin. Ist auch cool. Verstärkung. Wirst du angegriffen, sag mal? Nö. Nö, nö. Achso. Ja. Ja. Wir wurden gerade gebufft. Ja. Ja. Gut. Ist okay soweit erstmal. Ja, alles cool. Drei Tunnelgräber. Wo bleibt denn der andere? Ah, da kommt der Findol. Ja. Was ist ein Findol für einer? Nachtelf. Krieger. Ja, perfekt. Ah. Ja, richtig easy. Das ist ein Tank. Da kommt eine andere Gruppe. Deswegen ist hier auch so wenig los, glaube ich. Sind die da reingelaufen irgendwo oder was? Ja, die kommen hier auf uns zu. Ah ja, die kommen von der Rache. Okay. Ja, moin. Es hat doch viel los hier menschenmäßig, ne? Ja, ist lustig. Ist das hier der, unser Hobbelfreak da? Nö. Nö, nö. Findol. Der hängt hier irgendwie fest. Zwei Gruppen auf ein Zwerg ist jetzt aber auch ein bisschen unverhältnismäßig. Ja, ist schon mies. Voll die Party hier. Zehn Leute. Ja, ist schon ganz cool auf jeden Fall. So Findol. Ah, da ist er ja. Cool. Sind wir jetzt alle da? Sieht so aus. Ja. Äh, ist das unser der hier rein rein? Ja. Oder? Da ist er. Da. Er will hier rein. Ja. Alles klar. Dann mal los. Das ist ja schon ein bisschen so Dungeon mäßig auch, ne? Ja. Ja. Da ist noch einer. Achso. Der wird von der anderen Gruppe gelegt. Okay. Nö. Das ist unser. Findol ist hier. Was? Aber ich bin mit den drei hier. Ja. 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 Ich würde erstmal was trinken wollen. Geht aber nicht. Weil ihr schon wieder am Kämpfen seid. Ja. Ja. Ähm. Es ist schon ein bisschen Spaziergang hier würde ich sagen. Es ist ja alles. Das tut auch mal ganz gut finde ich. Mal so einen kleinen Spaziergang hier zu machen. Durch so eine Elite. Äh. Quest. Oder? Wie siehst du das? Was denn? Ist doch mal ganz angenehm hier so ein Spaziergang oder nicht? Ja. Sicher. Nix zu meckern. Nix zu meckern gibt das nix. Hauptsache wir haben erstmal zwei Heiler. Ist ja auch geil. Ja. Sicher ist es. Ja. Auf jeden Fall. Aber ist ja auch geil dass hier zwei unterschiedliche Fünfergruppen hier unterwegs sind. Und hier rummetzeln wie die bekloppten. Ah. Macht es auch nur einfacher ne. Ja. So ist ja ganz witzig auch anzusehen wie die da hinten vor sich hinmetzeln und wie hier so. Oh hier ist einer bei mir. Verdammt. Das lädt immer noch auf. Ah, okay, nimm. Überaus angenehm. Kann man nicht meckern, auf jeden Fall. Kommt auch ein bisschen Kohle bei rum, ne? Ja, 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 die bringen schon was. Ja, mit so einem Krieger ist es auf jeden Fall eine gute Sache. Ja, macht Spaß. Oh. Oh ja. Ja, hast du einen Freund gefunden? Ja, einen guten. Der rückt mir gar nicht von der Seite. Kein Mana mehr. Ja, was soll denn das? Dann schieß einfach. Macht, glaube ich, nix. Mal würfeln für die Truhe. Achso. Wie macht man das denn? Keine Ahnung, Alter. Hä? Ach, komm, ich passe. Wie geht denn das? Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, wie das geht. Weiß ich auch nicht, Roll oder so. Ich weiß es auch nicht. Ich wusste das mal, habe ich gerade nicht auf dem Zettel. Oh. Ah, random. Achso, okay. Da siehst du, wieder was gelernt. Sehr schön. Oh. Ist ja was los. Ich komme mal rein, ne? Ich komme mal rein, ne? Woher, man? Hey, die Party ist noch nicht vorbei. Bleib doch noch. Hä, wer haut denn da ab? Ein Zwerg. Was, ein Dunkelleis? Ein Zwerg, oder was? Ja. Okay. Jetzt will er hier schon wieder abhauen. Wo rollt ihr denn hin, Leute? So. Ja, hier irgendwo ist noch dieser Boss. Den müssen wir auch noch. Ja. Ja, glaube ich, oder? War das nicht so? Ich meine, irgendwie was im Quest noch gelesen zu haben. Steht doch nicht. Steht nur Dunkelleisenzwerge, Demolierer, Sanktöre. Nee, die andere Quest. Achso. Da ist noch eine Quest. Rechen des Flugs? Nee, das war der Captain. Nö, sonst haben wir hier keine Quest mehr. Sicher? Eine grausige Aufgabe. Balgaras Ohr. Musst du mir mal mit mir teilen. Habe ich nicht. Wo ist das denn, Balgaras Ohr? Ist das nicht hier? Oh, oh. Ich heil dich. Alles gut. Ah, da kommt er. Unser Frendo Krieger. Eine grausige Aufgabe bräuchte ich dann trotzdem mal. Die Quest, oder was? Ja. Priest-Stie ist nicht für diese Quest qualifiziert. Boah, nicht euer Ernst, ey. Aber gleich. In, äh, 800 XP's. Tja, es ist natürlich jetzt echt ein bisschen ärgerlich. Du soll das echt schnellstmöglich aufholen. Ja, ich brauche nur 800 XP's, ne? Ja. Dann bin ich auch 27. Ich hoffe, dann kannst du das mit mir teilen. Ich hoffe, das passt noch irgendwie so. Oh, Hortler. Äh, wo rennen wir jetzt hin? Ich weiß, was ist das? Meine Ahnung, er sagt zum anderen Lager. Achso. Dunkel-Eisen-Zwerge. Demolierer brauche ich auch noch. Ja, ich auch. Drei. Ja, brauchen die auch wahrscheinlich auch, oder? Ja, ich denke auch. Das wird schon passen. Er scheint hier irgendwie einen Plan zu haben, der Findol. Schon geil, so in so einer Firma Gruppe hier durchzumarschieren. Oh. Danke. Ach ja, hier sind wir doch auch schon mal gewesen und haben wir gedacht, oh Gott, die Zwerge und sind wieder abgehauen. Stimmt, du hast recht. Das ist aber schon etliche Episoden her auf jeden Fall. Ja, ja, du hast vollkommen recht. So. Oh, hier sind ja auch noch Raptor-Hartig-Stanze erreicht. Auch Elite-Zwerge, yay. Ja. Oh, Mann, Mann. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Hä, was ist denn jetzt los? Was ist denn? Ach, ich bin zu nah schon wieder. Boah, noch 400 XP, es fehlen mir jetzt, du scheiße, Alter. Ist noch nicht viel. Ist alles gut. Ja, aber wenn die jetzt natürlich gleich den Mob hier, den Elite-Boss da klappmachen. Ja, das wäre natürlich ärgerlich, das stimmt, aber... Richtig ärgerlich. 400, das schaffst du schon noch vorher, glaube ich. Na, schon zu hoffen. Oh, jetzt kommen sie alle angeschissen. Okay. Eieiei, ja, stimmt. Lass mal ein bisschen aufpassen. Ach, schaffen wir schon. Oh, ich habe keinen Mana mehr. Oh, wie das abgeht, Alter. Oh, wie das abgeht, Alter. Oh, mein Mana ist zu niedrig. Oh nein, ich habe Mana mehr. Ja, ich auch. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ha, 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 ha. Oh, Gott sei Dank. Teil die Quest mit mir. Ah, Sekunde. Ah, merci. Gerne. Ich muss näher ran. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Und der soll hier irgendwo sein? Den haben wir aber jetzt noch nicht alle gemacht, oder? Ne, ne. Gut. Boah. 34 Leerwandler, Ladine. Alter, was ist das? Hilfe. Ja, ich heil dich. Warum hilft mir denn keiner? Ich heile dich doch. Du bist 100%. Ja, aber er hat es auf mich abgesehen. Ja, jetzt geht er auf mich hier. Das ist hier so ein Zwergenmagier, oder was? Das ist hier so ein Zwergenmagier, oder was? Ja, ich heil dich doch mal. Ja, ich heil dich doch mal. Das ist hier so ein Zwergenmagier. Das ist hier so ein Zwergenmagier. Eine andere Priesterin würde ich eigentlich auch gerne nochmal heilen, aber ... das ist zu weit entfernt ich brauche ein ziel da ist er hin ja geil so jetzt wollen wir noch die zwerge austral eine sache läuft da stehen sie nebeneinander seite an seite stimmt manfred ja geil ach so hierhin und zwischendurch mit dem zauberstab schießen das macht mir auch spaß so da drüben geht es weiter oder was tunnel gräber auch noch zwerge und demolierer kann ich noch nicht sagen so ja auch eine sache auf jeden fall gute gruppe alles dabei was wir brauchen damit steht da tanks heiler natürlich läuft es läuft einfach gut das gibt ja wahrscheinlich rechte xp ist dann noch mal das glaube ich auch wie sie immer einfach alle hinterher rennen das ist doch super so soll es doch laufen ja gut aber das war auch ein jäger und kein krieger also als jäger nicht denken behaupte ich jetzt einfach mal weiß ich nicht genau das ist schon extrem gut sein würde ich sagen das ist ein drachen und roter purpurrot roter drache so hat er gesehen hat er gesehen ja ist auch cool dass wenn magier dabei haben auf jeden fall das ist sehr praktisch wegen so flächen gedöns ja und vor allem auch wegen diesem eis ding ist dann auch immer praktisch so die einfriert also ich finde magier auch tatsächlich extrem nützlich also wegen vielen dingen aber reizt mich selber überhaupt nicht zu spielen komischerweise ne ich weiß auch nicht wieso mich noch nie gereizt aber noch nie mage gespielt noch nicht ein einziges mal angefangen mit kris schildur gefällt mir eigentlich schon ganz gut ja hast du auch mal wieder weiter gemacht eigentlich oder oder ja jetzt auch eine längere pause sein ja zugunsten von civilisation oder wie ja genau zum beispiel oder pappt oder real life auch mal ach was ist das denn für ein game ist das cool die auflösung ist so heftig realistisch alles ist echt ganz schön spooky auf jeden fall auf jeden fall die ist nicht zu schlagen ich sag mal so foto real real realistisch grafik ist geil aber das gameplay ist beschissen ja das ist ein bisschen langatmig immer ach ja wir schmeißen mit dynamit alter naja das machen die schon die ganze zeit die sehr g ist einer geschiebt worden ja wunderbar aber nicht besonders lang wahrscheinlich irgendwie schaden genommen versehentlich da hacken sie alle auf ihn ein ey ja richtig so den tunnelgräber 6 und 1 noch ja und schon wieder ein schild das brauchen wir nicht ohja die to die 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 Wo rennt er denn hin? Oh da wieder zum anderen Lager Ob die da wieder gespawnt sind wahrscheinlich Will er mal schauen Oh hier kommt mal einer Hier habe ich einen Freund gewonnen Ja Nimm Achso Truhe? Ja Würde ich auch sagen So Nimm hin Oh ja Nicht dass mein Pad hier schon wieder für Verwirrung sorgt Wo geht's hin? Von der Von der Seite Müssen gucken dass wir die nicht pullen Auch diesen Wehrwandler und so Ja Ah der war echt kacke Mhm Vor allem wenn er abhauen Natürlich ne und dann immer Machst du dein Pad Achso wenn der Gegner abhaut Ja ja du musst dann dein Pad gleich wieder ran rufen Genau Oh was war das denn geiles Was Dunkeleisen Dunkeleisen Leder Rüstung Ich muss näher ran Oh Gott für 27 Hätte gerade versehentlich fast den falschen gepult Aber zum Glück war ich nicht dicht genug dran Was für ne Dunkeleisen Rüstung Dunkeleisen Leder Ach guck an Ist aber glaube ich nicht so gut wie meine jetzige Was sagt er? Lass mal auf den Rückweg machen den Rest farmen wir da Gern Aha da ist noch einer Farben vor allen Dingen Haha Echt Farben Zwerge Findol den müssen wir uns mal warm halten Oder merken vor allen Dingen Ja so einen guten Tank du Guter Tank ist Gold wert auf jeden Fall Ja Auch wenn es ein Nachtelf ist Ja Rasse egal Ja Eigentlich Wenn er nicht arrogant ist Das sind ja nicht alles Eililis ne Zum Glück Ja echt ey Ja Das finde ich ganz cool dass diese Elite Quests immer so ein bisschen wie kleine Instanzen sind so Ja echt ne Ja Das bockt Macht Laune Macht Laune Hier kann man schon mal eine abgeben Das mache ich erst hinterher Auf jeden Fall Erstmal weitermachen Ah dunkeleisen Zwerge Genau Sonst ja schon wieder Da schießt einer auf mich Ja die Scharfschützen Ah wurden geschiebt Dieser Zauber ist noch nicht bereit Ja das ist doch mal eine Episode nach meinem Geschmack Ja wird halt nicht ganz so viel gequatscht ne Aber Nee das stimmt Ist man ein bisschen konzentrierter bei der Sache Aber es gibt auf jeden Fall Action Ja Naja Klar Es gibt gute Hochlevelige Äh Na Dingens Ja voll Ah 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 War noch nicht ganz fertig Nee nee Und schon wieder Echt wenig Schloss nur noch übrig Was hat denn Durch Na Hier Hier Und ich Schön Schön Sehr sehr schön Ja schön auch Dich zu sehen Fein 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 Oh Cam Diebf Furies Kopf Wer ist das denn? Ah das ist eine Verlies Quest lassen heiz ring ja voll geil intelligenz willens kraft schild ja den nämlich auf jeden fall auch heftig sehr schön richtig gut ich habe ja schon dränge ja ja ich würde mal sagen ab nach stormwind war aber ich muss nur kurz hier ausdauerbildens kraft ich mache mich auf den weg nach stormwind auf jeden fall intelligenz willens kraft verdammt dass ich nicht was besser ist auch ich willens kraft eigentlich als jäger sind nicht so genau nicht so viel also als priester brauchst du viel willens kraft auf jeden fall und ich bin in storm wind und ich gehe mal zur kathedrale zum lehrer guck was es da feines gibt sind wir jetzt stufe 26 guck an ja ok krass gute action auf jeden fall so und da sind wir wieder zu zweit sehr schön finde ich auch ganz gut auch hier sind ja noch jede menge fische immer hier so kacke was gibt es denn hier schön ist zu erlernen mana brand ne mana brand aua göttliche pein blitz heilung rank 2 ach guck an ja das möchte ich auf jeden fall erlernen erneuerung auch ein weiterer rang oha jetzt wird es auch richtig teuer auf jeden fall verzweifeltes gebet unbedingt und schatten wortschmerz ist auch wichtig oha viele wichtige sachen gelernt viel geld ausgegeben naja aber auch gute sachen gekrächt göttliche pein lass ich mal noch mal brauche ich nicht gut das ziehe ich mir dann bei gelegenheit mal in die leiste ja liebe leute ich würde sagen wir beenden die episode hat eh schon überlänge ja vielen dank fürs zusehen ich hoffe euch hat spaß gemacht mir hat es auf jeden fall spaß gemacht ich bedanke mich auch bei zocker kriech es war mein vergnügen ein großes und genau schaltet auch gern in der nächsten episode wieder ein solltet euch gefallen haben nach gut leute ciao